Wenn wir Deadly Disguise angucken Deadly Disguise ist ein proaktives Deck was wirklich extrem schöne Reprint-Karten drin hat Die Mana-Basis ist hierbei wirklich grausam, wir haben halt Boros Garnison was halt ein Bounce Land ist Wir haben Jungle Shrine was halt ein Free Color kommt getappt ins Spiel ist Wir haben noch andere Bounce wie Celestia Sanctuary, wir haben Tempel-Dreistück drin alle drei, die es natürlich gibt Ultra-Weak und schlechte Mana-Basis, über die wir ja schon mehrfach geredet haben Ach so, aus wie Snarls und Fortified Village will man eigentlich nicht mehr spielen Echt nicht gut Und dann schaut man sich den Commander an Caust Eye of the Glade ist ein Zwei-Mana in Naya-Farben ein Grünes, ein Rot-Weiß-Hybrides also man kann es entweder mit Rot oder Weiß bezahlen Legendary Creature Dryad Detective ein Zwei-Mana-2-2-Dude der halt sagt immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst aufgedeckt wird in diesem Zug einem Gegner wenn eine Kreatur aufgedeckt wurde in diesem Zug und sie dem Gegner schadet, darfst du eine Karte ziehen und dann kannst du halt tappen und eine Face-Down-Attacking-Creature Face-Up turnen Das heißt, du verdeckst halt alles mit Morph, Super-Morph, Mega-Morph oder sonstigen Möglichkeiten Disguise Genau, Disguise oder auch das Neue wie heißt das? Ich glaube, das stoppelt wie immer Disguise und Cloaken so ist es richtig Genau, Disguise-Cloak und das ist halt super, super nett super cool und dann hat man da halt so Sachen drin wie den Krosanischen Wolkenkratzer eine 10-Mana-13-13 eine der ikonischsten Kreaturen für mich weil die in Aufmarsch drin war der halt einfach Morph 9 hat das heißt, man macht einfach in der zweiten Runde nimmt man den Chaos rein in der dritten Runde den Krosanischen Wolkenkratzer in der vierten Runde greift man an und dann deckt man einfach so eine 13-13-Kreatur auf die dem Gegner einfach das Gesicht massiert und das ist so geil weil du hast so viele coole Flip-Effekte die beim Aufflippen was tun du hast so viele coole Morph-Kreaturen die einfach nur zuhauen du bist so proaktiv dem Gegner einfach wie ich es immer schön sagt das Gesicht amassieren und das Deck hat auch noch coole Reprints mit unter anderem sowas wie Jazz Castle einer der meistgespielten roten Zauber im Commander eine Seedborn Muse das ist die Karte die alle Leute hassen weil du alle Länder während jedes Zugs enttappst und wir erinnern uns dran wir können Kreaturen immer aufdecken wenn wir wollen es ist für mich einer der coolsten Second Commands die ich je gesehen habe mit Duskana the Rage Mother das ist eine 5-Mana-5-5-Legendary-Reacher-Bear es ist einfach ein Three-Color-Bear die sagt halt immer wenn sie ins Spielwerk kamen ziehen wir für jede Kreatur die mit Base Tower oder Puffness 2-2 ist eine Karte was die halt alle sind oder halt auch alle Bären gefühlt und immer wenn eine Kreatur mit Base Power Tuffness 2-2 angreift kriegt sie plus 3 plus 3 und man kann sie halt auf den Trigger dass sie halt also plus 3 plus 3 dann kriegen kann man mit 5 Fünfern zuhauen das ist so genial und das zählt halt nicht nur für eine Kreatur sondern immer wenn eine Kreatur das heißt eure 2-2er werden zu 5 Fünfern und wenn ihr dann trotzdem irgendwas macht ja dann deckt ihr die halt im Notfall auf und dann ist es halt im Notfall Akroma Angel of Fury ja mit Fliegen, Trampel, Schutz vor Blau Schutz vor Weiß gib ihm das ist so ein schönes schönes, schönes Deck total und selbst ich glaube auch das Kana The Rage Mother ist das was wir am nächsten bekommen von einem Vanilla Tribal Commander ähm weil im Endeffekt also das ist das Problem ich glaube das hat Mark Rosewater auch mal in irgendeinem Podcast oder so mal erwähnt in irgendeinem Interview dass sehr viele Leute sich gewünscht hätten dass es irgendeine Art von Vanilla Matters Commander äh drin hat also einfach nur quasi Kreaturen die keine Effekte haben sondern einfach nur eine Statline und ich glaube das Problem was er gesagt hat ist halt jede Kreatur die du dafür designen würdest dass Vanilla Matters ist keine Vanilla Kreatur deswegen kannst du sie eigentlich ja nicht verwenden aber Tuskana dadurch dass du einfach nur Bears spielen kannst also einfach nur zwei Mana 2-2s oder selbst ein Mana 2-2s und so weiter dass die dann halt einen Push kriegen und dass du so eine grundsätzliche Strategie bekommst ich mag halt wie einfach diese Karte ist und natürlich der Flavor Win dass die dass die Bärenmutter ganz gut mit den Subtypen der Bären funktioniert in Magic ist natürlich ist großartig also aber auch wie du schon sagst also Reprint seitig haben wir halt allein dass wir Toski und Naheb im selben Deck haben von sich aus großartige Monocolored Commander die man auch ruhig mal irgendwie da sehen kann ähm sagt schon echt einiges aus und Seedborn Muse ja deckt das Ganze auf jeden Fall nochmal ganz gut ab wobei man ja auch sagen muss der Value in dem Deck also vom Value her ist es der wenigste das ist das günstigste Deck ähm was aber auch einfach daran liegt dass ich glaube in der Land Base ist keine Karte drin die mehr als 50 Cent kostet ähm und das ist halt bei vielen der anderen haben wir zumindest irgendwie so keine Ahnung Bujuka Bock Tainted Island oder äh wenn wir gleich noch dabei kommen zumindest mal irgendwie eine Reliquary Tower oder sowas drin ja wo ich halt sagen muss so hey also hier ist ja gar nichts drin ja total also diese diese Geschichte mit den Snarls und halt diesen Fortified Village und ich meine sie geben sich ja zumindest schon Mühe mit sowas wie Sacred Peaks also ein Tupland was aber zumindest die ähm die die Basic Land Typen sowas hat das ist schon mal okay wenn ich es nicht raussuchen kann weißt du was bringt es dir da das ist halt das Ding ja das bringt es halt dann wirklich nicht also ja ja das wäre ja zumindest was dass man sich so ein bisschen das filtern kann oder so aber ja die Land Base ich glaube da werden wir mit diesen Produkten auf jeden Fall nicht mehr glücklich aber ich bin tatsächlich überrascht also das kommt so bei mir in die Kategorie wie das Boros Deck da habe ich allein schon Spaß an diesen ganzen verschiedenen Karten die da eben drin sind halt eben dieses äh konstante Rätseln ähm ich finde Kaust als Commander ziemlich strong einfach dass du halt jede Karte einfach aufdecken kannst die halt angegriffen hat das ist natürlich auch immer so ein so ein Gamble von wegen ähm blockt man jetzt diese 2-2 aber riskiert dann dass da drunter eine riesige Kreatur irgendwie so ein äh Cloud Scraper 13-13er dahinter steckt ähm und äh ja das ist auf jeden Fall äh eine schöne runde Sache proaktiv kann man glaube ich ganz gut als Einsteiger was mit anfangen Musik 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 Musik